Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Ultimate Fisch Simulator 2 Heute auf die ganz dicken Ähm, weil wir es auch am Schluss, müssen wir gleich mal gucken gehen Aber ich hab mir jetzt erstmal Mais gekauft, denn Mais können wir jetzt endlich kaufen Wir sind jetzt Level 6 der letzten Mal geworden Und haben jetzt hier Mais, Alter Und bei Mais steht, damit kann ich Karpfen und Amure fangen Also da seh ich mich heute Das werden wir hier so einen Maiskorner ins Wasser werfen Und mal gucken, was uns da alles an den Haken geht Wir werfen wir direkt erstmal an die Stelle, wo wir hinterher Oder wo wir letztes Mal auch die richtig dicken Fische da gefangen haben Die Baben und so Eigentlich hat man da auch keine Karpfen gefangen, ne Aber mal gucken, ob da irgendwas anbeißt Vielleicht fangen wir da so einen dicken Karpfen oder was anderes Wir werden es sehen, Mais heute auf jeden Fall Unser Köder der Wahl Ähm Es standen auch dicke Rotaugen und dicke Brassen Beißen da auch drauf Oder schon erst bis hier Ah, gucken wir mal Eieieiei Direkt ein Legendenfisch, ne Direkt hier mal so ein Fisch Aber nicht ganz so groß wie die Baben, glaube ich, letztes Mal Jetzt müsste ich denn bremse bisher Und solch die viel näher krieg ich ihn auch näher Naja, doch geht Hab ich mal gespannt, was wir da haben Ob wir da wirklich jetzt so einen Karpfen mal hier landen Oder so einen Graskarpfen wäre auch mal geil, ne So einen dicken Amur Würde ich auch mal fühlen auf jeden Fall Den kriegen wir auf jeden Fall ganz gut raus hier Bin ich mal gespannt, was uns hier An den Maiskorn drangegangen ist Ja, kriegen wir hier auf jeden Fall ganz gut raus Und müssen gleich sehen, dass es Was ist das denn? Eine Schleie wieder Eine Schleie, ne Da ist es 2,4 Kilo 2,5 Kilo fast Eine Schleie Nicht mal eine PB Schleie Aber Nehmen wir mit Und Lassen die wieder frei für die XP So Und wieder raus damit Also dicke Schleie mit Mais auch gefangen Aber schon mal ein guter Start hier auf jeden Fall So ein zweieinhalb Kilo Fisch für den Start Und damit kriegen wir natürlich auch dann hier die Die benötigten XP, die wir brauchen Jetzt gucken wir mal, dass wir hier Die nächsten Fische abwarten Ich habe ja hier mal mein Fernglas nutzen Da habe ich ja letztes Mal festgestellt, dass wir ein Fernglas haben Als richtiger Profi Und jetzt können wir hier mal gucken, ob da die Pose gleich abtaucht Wenn da so ein Fisch beißt Wenn da der nächste Fisch An unser Maiskorn drangeht Da werden wir mal gucken Was uns da dann erwartet Wenn wir jetzt hier die Nahperspektive haben Die Nahansicht Wir müssen uns nicht auf den Indikator da rechts verlassen Und auch nicht auf die Schnurbewegung Sondern können hier einfach Anhand der Pose hoffentlich erkennen Dass da ein Fisch dran ist Aber erstmal muss der natürlich Hier rankommen Und sich mal Maiskorn einverleiben Der kleine Karpfen oder was auch immer da kommt Ist mir egal, ob da kommt was Mitten im Teich da drin Da sehe ich mich nämlich Wir warten mal hier ein bisschen ab Wenn ich da gar nichts tut Dann müssen wir vielleicht nochmal den Spot wechseln Das ist halt nicht wie Breiter Spektrum von Mais ist Aber wenn wir Karpfen fangen können Amore fangen können Brassenrotaugendicke Und eine Schleie haben wir gerade auch gefangen Wahrscheinlich ähnlich wie beim Teich vorher Beim Teich hatten wir ja auch Ein relativ gutes Spektrum Und dementsprechend wahrscheinlich auch Relativ schnell die Bisse Müssen wir nur gucken Wie sich das hier verhält Mit unserem Köder Ob da was kommt Oder nicht Wir werden es sehen Da ist er Köder abgetaucht Warum krieg ich hier nicht gehakt Oh ich hab nicht gehakt bekommen Was zur Hölle War ich zu schnell Kann ich nicht oder Kann man zu schnell sein Wahrscheinlich ist einfach Angezogen Weil der noch gar nicht dran war Mal sehen, ob man hier Ein bisschen warten muss Mit dem Fährglas Das hier habe ich natürlich Jetzt hier die perfekte Sicht Jetzt schlage ich einfach direkt an Wenn ich da den Biss sehe Vielleicht geben wir ihm gleich mal Ein paar Sekunden Und warten bis der Indikator auf der Rechtsseite Auch schräg steht Und schlagen dann erst an Aber da war auf jeden Fall Der nächste Fisch auf den Maiskorn drauf Auch wenn wir ihn wieder nicht Haken konnten Ähnlich wie beim letzten Mal Auch die ersten beiden Fische Glaube ich nicht haken konnten Mit dem Teich Wo wir die Hakengröße geändert hatten Aber ich weiß nicht Ob es immer noch in der Hakengröße lag Oder ob es einfach Meine Dummheit war Aber erstmals auf der Dummheit Weil ich die Bügel offen hatte Aber hier habe ich den auf jeden Fall zu Und gerade auch zu gehabt Insofern Würfte das nicht Der ausschlaggebende Faktor gewesen sein Zumindest bei den letzten beiden Die wir verkloppt haben In der letzten Folge Und heute Wieder einen Hoffen wir, dass der nächste wieder hängt Und der dann den Haken Wieder sicher Ins Maul bekommt Denn dann können wir ihn noch fangen Das wäre hier auf jeden Fall wichtig Ich glaube, die können auch gar nicht hier im Drill mehr verloren gehen, oder? Oh, da ist er Jetzt hängt er hier Da geht auch der Fernseher direkt aus, automatisch Aber was ist das denn hier? Ich denke, ich fange in die Monster damit Was ist das denn? Was ist das? Ein Karpfen, oder was? Ein Gras... Oh, ich habe Graskarpfen gefangen Mein erster Graskarpfen Oh, ja, 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 ja Guckt ihn euch an hier Mein erster Graskarpfen Na, ist schon, äh, auch ein Legenden-Graskarpfen Wieder hier, ne? Bams Da ist er doch Okay Viel kleiner geht es wahrscheinlich auch nicht Aber wir haben den Graskarpfen gefangen So viel dazu Da fehlt erst nur noch der große Graskarpfen Aber immerhin haben wir den Ersten gefangen davon Der hat mir nur noch gefehlt in meiner Sammlung Ich müsste auch mal so einen Karpfen mal mitnehmen Das ist das Aquarium, glaube ich, ne? Wäre auch ganz geil Auch wenn wir so einen Graser da reinballern Ich glaube, meine Fische im Aquarium Und ich bin auch schon wieder verhungert, ey Mein, was habe ich da drin? Habe ich denn sogar einen Karpfen schon drin? Ich glaube, einen Barsch und einen Karpfen, ne? Aber bestimmt schon wieder alle verhungert Müssen wir gleich vielleicht mal gucken gehen Mal ein bisschen Fische füttern Aber erst mal Will ich jetzt hier noch ein paar Fische fangen Wie brauche ich den noch? Na gut Der Fisch gerade hat nicht so viel XP gebracht, ne? Für meinen Level Progress Und ich würde schon gerne Level 7 machen hier Damit wir auch da beim nächsten Mal Tatsächlich zum nächsten Gewässer gehen können Was uns da dann erwartet Mit Level 7 ja tatsächlich das nächste Gewässer freigeschaltet Da müssen wir gucken Was wir da alles fangen können Denn da können wir ja angeblich mit dem Topwater-Dings da Was holen, ne? Da könnte ich mich nächste Woche Oh, da ist der nächste Biss Auch der hängt Der ist auch wieder ein bisschen besser als der Graskarpfen gerade Oh, auch nicht so schlecht hier So wie er langsam hochpumpt Schon ganz okay Holen wir uns auf jeden Fall Und gibt auf jeden Fall ein paar XP Für unseren Progress hier So, was ist das? Auch ein Karpfen, glaube ich, ne? Müsste auch wieder ein kleiner Karpfen sein Den wir da haben Ja, ein Wildkarpfen 2,2 Kilo 23 XP kriegen wir für den Weg damit So, noch 100 Irgendwann XP Bis wir da Unser Level-Fortschritt haben Also im Zweifel so Wenn wir gute Fische fangen Dann so 5 Fische ungefähr, ne? Dann so 5 Fische Je nachdem Wie gut die sind So, hier fangen wir es wieder ran Bügel zumachen Und warten auf den nächsten Biss Also Maiskomb ist aber nicht so der krasse Unterschied zu dem Also außer, dass wir jetzt einen Graskarpfen auch gefangen haben Zu dem Teig vorher, ne? Auch von der Größe her Nicht so wirklich der Unterschied Kann dann wirklich sein, dass die Größe eher am Haken liegt Als am Als am Köder Es sei denn, wir fangen jetzt hier so eine Brasse und Rotauge Weil die sollten reinträglich ganz gut sein Da ist der nächste Fisch Eui, 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 eui Junge, der geht aber direkt mal in die Bremse rein Eui, 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 eui Eui, 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 okay Hab nichts gesagt Hab nichts gesagt Jetzt haben wir hier aber den richtigen Endgegner dran Aber kriegen wir, glaube ich, ganz gut raus, ne? Aber echt erstaunlich, dass man hier nur mit Free Tackle Also auch mit Die Route war ja free Und eigentlich nur mit Schnur Upgrade So gut schon zurechtkommt Mit den Fischen, ne? Ich meine, klar, sind jetzt doch keine Riesenfische, die wir hier fangen Aber dass wir hier im Anfang Anfangsbereich hier Bis Level 7 oder so Was am nächsten Gewässer kommen, werden wir mal sehen Aber dass wir mit den Fischen hier so gut handeln Oder die so gut handeln können Indem wir nur die Schnur auswechseln In den In den Sachen, die wir schon haben Also man muss hier gar nicht großartig Geld ausgeben am Anfang Schon ganz geil eigentlich, ne? Erleichter auf jeden Fall den Einstieg Und es nicht erst irgendwie Oder mal kurz gesehen sogar schon Ist eine Barbe wieder, glaube ich, ne? Oder ist aber eine große Barbe dann Ah ja, ja, wenn das eine Barbe ist, Alter Ähm Ja, leichter auf jeden Fall den Einstieg Dass man sich da jetzt nicht erst Wer weiß, was zusammenfarben muss Um hier überhaupt mal In das Spiel reinzukommen Boah, ist echt eine Barbe, ne? Eieiei, was ist das für eine Barbe, Alter? Junge, was ist das für eine Barbe? Junge, guck dir die Barbe an 4,4 Kilo Barbe Alter Falter, Junge Also da seh ich mich aber Da seh ich mich aber Guck dir die Barbe hier an Boah, was eine Barbe, ne? 4,4 Kilo Ah, Monsterbarbe, du Richtige Monsterbarbe Ist der richtig fett Guck mal, die gibt so schon 56 EP, wenn ich die behalte Und 50 Credits Und 84 EP, wenn ich die freilass, Junge Scheiß auf die Credits, Alter Ich lass die frei Dann haben wir nämlich Ich muss heute Level 7 schaffen Aber eigentlich will die auch der Cash haben, ne? 56 muss auch reichen Weil 50 Credits Schon Not so bad, ey Not so bad Wir brauchen ja auch nur noch 60 XP, ne? Also da drei Fische Werden wir wohl fangen, ey Werden wir wohl irgendwie fangen Die Viecher Aber das war eine ordentliche Barbe, ey 4,4 Kilo Das war ein richtiges Monster Das war ein richtiges Monster Wie sich da unser Maiskorn geschnappt hat Aber guck mal Auch Barben fangen wir mit Mais Also jetzt weiß ich echt nicht mehr Was ich damit nicht fangen soll Abgesehen vom Also im Vergleich zum Teig, ne? Barben hätte ich jetzt gedacht Dass wir die vielleicht dann nicht mehr fangen Mit Mais Aber selbst die Beißen dann auch easy drauf an Insofern Mais Aber immer gute Gute Alternative Plus, dass wir da noch Graskarpfen fangen Die wir wahrscheinlich mit Teig Nicht fangen würden So Aber wir warten auf den nächsten Fisch Und gucken Dass der sich hier gleich Den Köder schnappt Der Bügel ist hoffentlich zu Dass wir den Anschlag da durchkriegen Dann bin ich bereit hier Für die Für die Hammer Haie da Die da kommen Ich seh mich auch schon Hier in In Dings In Thailand Wo das hier ist Wo ich da so ein Hai angeln kann Da seh ich mich auch schon Mit der Route hier Schön Mit Mais Und Meiner exzellenten Route Meiner exzellenten Ausrüstung Auf Hai angeln Da würde ich mich auch sehen Aber noch ein paar Level müssen wir dafür machen Erstmal hier wieder warten Das Tier wird kommen Jetzt haben wir hier ein bisschen Größere Zeitspanne Bis der Biss kommt Aber irgendwann wird er hier schon Wieder sein Sein Weg zu mir finden Der Fisch Und meine Pose Abtauchen lassen Und da müssen wir den nur noch haken Nicht wieder verkloppen Das Ding Am letzten haben wir jetzt auch gehakt Weiß nicht warum der zweite Wieder nicht hing Keine Ahnung Aber Machste nix Manchmal Will es wahrscheinlich einfach nicht So Warten wir auf den nächsten Tauchgang hier Der braucht wieder länger jetzt Weißt du Du wirst direkt von Karma bestraft Weil du den einen Fisch da behältst Weil du dir denkst Das Geld nehme ich mit Direkt wirst du bestraft Denkst du mich Die drei Fische für Level Up Kriegst du noch Und dann kriegst du sie nicht Weil einfach nix mehr beißt Perfekt Das ist natürlich Richtig Perfekt Irgendwo muss er ja Muss er ja kommen Kann er nicht ewig hier Vor sich hin dümpeln Die Pose Da ist ne Ente Aber ich will nen Fisch Den müssen wir doch mal An ne Stelle werfen Vielleicht Da ist gar nix passiert Da schmint ein Fisch unten Runter durch Aber auch eher ein Rapfen Oder Naja das war immer ein Rapfen Da unten Hinten schwimmt ein Karpfen Aber hier jetzt in der Näheren Umgebung Sehe ich auch nix Vielleicht unter mir Aber da kann ich halt nicht hingucken Da kommt jemand angeschwommen Oh da Der Karpfen einfach schneller gewesen Oh oh Wie groß ist er denn So groß hat er gar nicht aus Oder So groß hat er glaube ich gar nicht aus Warum geht er denn so in die Bremse So groß der Karpfen Die Barbe die war nicht schlecht glaube ich Die da hinterher Angeschossen kam Und er denkt sich hier Jo ich bin auch so ein Riesen Karpfen Oder was Aber jetzt kommt er dann zu mir geschwommen Jetzt kommt er zu mir geschwommen Der Kleine Karpfen Zieht wieder weg Okay Scheint nicht so schlecht zu sein Wenn er so in der Bremse hängt Mal gucken was der dann in XP geht Ich glaube die Die Karpfen nicht so viel XP Wie die Barben Weil die Karpfen ja logischerweise Noch viel größer werden Aber trotzdem natürlich auch Besser als ein Rotauge Insofern Mal gucken Ob er den Fisch jetzt hier Irgendwie landen Noch zieht er mich hier Ein bisschen Durch den Teich Macht noch ein bisschen was er will Aber kriegen wir schon raus Den werden wir schon irgendwie müde kriegen Das ist nicht so dass er jetzt hier Er weiß wie viel Schnur nimmt Guck mal Er kommt doch schon hier näher ran Und dann Können wir doch auch schon landen Oder Da ist er So Da gucken wir uns den Mann Was wir da haben Ja Auf 4,5 Kilo Auf 4,5 Kilo Natürlich jetzt hier nicht so viel XP Wie die Barbe gerade 5,5 mal freilassen 30 30 Cash Wollen wir den behalten 30 Dollar auch schon Gut Geld Aber wir lassen ihn jetzt mal hier frei Und dann brauche ich nämlich nur noch Ein Fisch Fangen Fürs Level Up Aber mei schon ganz ordentlich Gefühlt aber schon auch Bisschen größer Oder Also die Barbe jetzt Und der Karfen jetzt auch Über 4 Kilo Gefühlt tatsächlich Ein bisschen größer Als mit Teig noch Kann aber auch einfach Zufall gewesen sein Jetzt Drei Fische Die einfach ein bisschen größer Man die angebissen haben Aber kann gut sein Dass es vielleicht doch Ammeiß lief Wir werden es Vielleicht erst über die Zeit Sehen und kennenlernen Mal gucken was es hier Als nächster Fisch anbeißt Denn wie gesagt Ein Fisch Bräuchten wir noch Für Level 7 Das uns fehlt Fürs nächste Gewässer dann Und dann auch für meine Topwater Käfer Denn da sehe ich mich ja richtig Und wenn da Forellen gibt Forellen soll es da geben Habt ihr eine Kommentare geschrieben Da bin ich sehr gespannt Was im nächsten Nächsten Teil Dann alles auf mich wartet da Hier haben wir uns dann Auf jeden Fall ganz gut Durchgewurschtelt Mit dem Spinnfischen Erst auf Rapfen und Hechte Und dann hier Auf die Auf die Karpfen und Friedfische Mit der Pose Bis wir Level 7 geworden sind Mit dem nächsten Fisch Der muss aber auch erst mal beißen Natürlich wieder Aber da ist er schon Und der Der geht auch in die Bremse Der sollte auf jeden Fall Für mein Level ab reichen Ist glaube ich nicht so groß Wie die Barbe und der Karpfen Oh doch Oh jo 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 Kurz mal die Bremse hier aufmachen Denn der hat sich gedacht Der zieht nochmal Mal gucken, was das wird Für ein Fisch Ja, nimmt auf jeden Fall noch gut Schnur Aber Wir haben wir mit der Zeit hier schon Auch rausbekommen Ähnlich wie den Karpfen gerade Und dann haben wir auf jeden Fall Unabhängig davon Ob wir den behalten oder Verkaufen Das würde ich eigentlich hier Ganz gut sichern können unseren level aufstieg noch elf meter noch ein bisschen höher stellen hier die bremse ich glaube hält noch so plus und minus nicht so intuitiv man die vielleicht umlegen kann auf der taste wahrscheinlich geht das weil plus minus schnell irgendwie treffen wenn der da rot blinkt dann auch wahrscheinlich nicht mehr so immer zu spät aber bis jetzt mal ganz gut geklappt ich glaube fische verlieren hier relativ schwierig ich glaube ausschlitten und so können die gar nicht das letzte mal habe ich auch irgendwie essen bestellt gab dann hat essen geklingelt während ich hier gespielt habe und habe ich den fisch angelassen ist passiert also die tür aufgemacht habe insofern kann aber nicht allzu viel passieren aber jetzt erstmal hier gucken dass wir den hier im ganzen teich bekommen denn das scheint hier echt ein bisschen besser zu sein der schwimmt noch seine bahn da muss man größer sein als der karfen den wir da gerade gefangen haben oder würde ich so spontan behaupten immer noch bei 20 meter da den juckt einfach gar nicht was wir hier vorhaben den juckt das echt gar nicht also hier nochmal richtigen richtigen entgegner dran für die route ja schon auf 26 meter ja 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 nicht näher ran ne ich kann ja auch nicht hier großartig bewegen ich will jetzt auch nicht gucken was da unter wasser ist ich will mir die spannung hier nicht nicht nehmen ich will sehen was das ist wenn wir hier landen das gute tierchen 26 meter wieder hier könnte ich gerade die bremser noch weiter einstellen aber dann halt gleich wieder ein anfall bekommt dann reißt er mir ab ne da kriegen wir ihn so ganz bisschen näher ran aber ich glaube natürlich eher daran dass der da lang schwimmt wenn ich dann hier ran pumpt mal so zentimeter für zentimeter gerade immerhin schon bei 30 jetzt waren wir da bei 23 aber weiß nicht ob er ermüdet ist schon jetzt mal bei 22 gewesen kurz nur bei 20 also ganz langsam klicken wir auf jeden fall näher ne jetzt die bremse halt irgendwie triggert ist äh strange oder weil er ist ja nicht mal in voller belastung oder gar nicht in belastung hat er den eindruck als wenn er wirklich irgendwie k.o. wär so wie wir den jetzt gerade hier ran pumpen auch das pumpen geht halt relativ easy ne was halt keinen richtigen niederstand normalerweise wenn er pumpst wenn der fisch noch fit ist dann geht das pumpen auch richtig langsam oh das ist ein grafkarten glaube ich oder ich habe eine oberfläche gesehen da vorne ich glaube es ist ein graser ich glaube da hat sich ein graser unseren köder geschnappt wenn ich das richtig sehe ich glaube es war ein graskarpfen mal gucken wie nah wir den hier dran bekommen ich bin ehrlich ist hier die bremse noch mal ein bisschen ja da ist er oh ja 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 oh ja ordentlich dicker graskarpfen glaube ich boah das könnte mein rekordfisch sein ne der hat bestimmt fünf kilo oder nicht das wäre mein rekordfisch alter was sind graskarpfen also da ist er doch hier mein level up fisch standesgemäß hier mit nem graser level up eieiei jungen 7,4 kilo guckt euch den fisch an ein stern hat der nur junger der sieht aus wie wie drei sterne sieht der aus guckt euch den graskarpfen an siebeneinhalb kilo mit der route hier easy rausgeholt was ein karpfen was ein karpfen 66 ist fehlen wir behalten 32 dollar 99 freilassen ich behalte den mal 30 credits eigentlich auch scheißegal ne seien wir ehrlich 99 ist fähig nämlich und dann sind wir nur hier level up und wir haben slowakia freigeschaltet nächstes level wir scheißen wir gerade auf den 5 min boost hier um ehrlich zu sein denn ich geh jetzt mal kurz hier mal eben verkaufen ein fischchen ich habe nur 20 credits haben wir schon wieder mhm ich wollte eigentlich Fische ins aquarium packen ne habe ich jetzt eh keinen geholt ja gut dann auch egal dann gehen wir noch einmal kurz zurück verlassen und gucken einmal was wir am nächsten gemässer uns da was uns da erwartet mhm nämlich hier slowakia da steht's Döbel, Arland, Rotauge, Regenbogenforelle Esche, Atlantischer, Lachs, Ukelei, Donau, Lachs, Bach, Selbing, Bachforelle boah da seh ich mich Lizenzkosten die kaufen wir schon mal und da gehen wir dann auf jeden Fall beim nächsten mal hin das ist es so gewesen von der heutigen Folge ich bedanke mich fürs zusehen wenn es euch gefallen hat Däumchen nach oben abonniere nicht vergessen schreibt einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin macht's gut haut rein und auf wiedersehen